Wenn ich nämlich Türen langsam aufmachen will, geht das nicht, weil er beide in der Hand hat. Er knallt die Tür dann immer auf. Ich brauche also ein Messer oder ein Schwert oder eine Pistole, Hauptsache nur in einer Hand. Ich weiß, man ist super schnell damit. Ja, ja, habe ich vorhin auch kurz geguckt. Okay, Zone wird... Hier geht sie langsam. Hier geht sie schnell. Enco da. So, springt mal alle raus. Danke. 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 Bei unserer Sache. Soll er da sitzen bleiben, das ist voll in Ordnung für mich, ich möchte ja gar nicht sitzen, was sieht gut aus, hier ist hier ne Kiste offen, hier ist kein Job, Digga, was macht er denn hier hinten, warum ist er hier hinten, chat, was tut er da? Ja Nein. Okay, ich brauche eine Gasmaske, Geld passt, nice, nice, nice und wir am Auffüllen. Nice, 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 Maske habe ich, danke. Und weg hier. Ich dachte, ich kann mich da hinlegen. Ist der oben oder unten? Ja, perfekt von mir. Wir laufen jetzt nicht hinterher, oder? Ich habe 13.000 in der Tasche. Genug Platten. Loadout. Auffüllen. Stims. Er hat mich direkt angeguckt, Leute. Er hat mich direkt angeguckt. Der weiß doch, dass ich da bin. Er hat mich direkt angeguckt. Das ist ein Problem. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Oh, das ist wirklich ein Problem. Der Gas bereitet sich aus. Neue Sicherheitszone wird markiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Links ist ein Big Game Bounty. Ich hätte das gerne. Ich glaube, dass ich diese Zone überspringen muss, weil da ist nix für ein Safe Space. Außer ich komme bei Bio rein. Ich versuche es. Mit ein bisschen Glück kommt hier keiner hin. Morgen, Fox. Grüß dich. Okay. Ist da einer an der Treppe vor mir? Sag mal. Links vom Schild an der Treppe. Ich hoffe, er ist oben drauf. Moin Bissl. Ich habe noch keine Gegner gefunden, leider. Und ich traue mich nicht zurückzuschießen. Ich habe zwei Stims, eine Muni Tasche und ich bin der Meinung, dass die Muni Taschen bei der Buy Station noch da sein müssen. Wenn nicht, habe ich immer noch einen PDS hier oben. Der ist auf meiner Höhe. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich würde das gerne einmal kurz berühren, dass der Gas-Timer zurückgeht. Ja! 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 Ja!